So, eigentlich wollte ich heute eine Zwischenbilanz bringen, was Early Access angeht, aber wie es Teufel so will, haben sie natürlich gerade heute, zumindest bei mir, ein Update geschickt für, ja ich nenne es mal Early Access 2. So, und deswegen schauen wir uns mal an, hat es was gebracht, wo hat es was gebracht und was ist sozusagen gleich geblieben. Also bleiben wir mal bei den Standardfunktionen, die jetzt so beworben werden, gehen wir mal wieder in dieses berühmte Bild rein und schauen uns mal an, was macht er jetzt aus diesen entsprechenden Stromleitungen, zugegebenermaßen eine Menge Stromleitungen, also rekordverdächtig. Trotz allem, schauen wir uns mal an. Also die Zeit bis jetzt hat sich ein bisschen sogar beschleunigt, also ich würde sagen, das ist so ein, zwei Sekunden schneller, aber das Ergebnis ist auch nicht anders, also als vorher. Wenn ich jetzt hier rausgehe und gucke hier rein, da ist, naja, kleines Bild hier, da sind immer noch Reste übrig, die er nicht gefunden hat, hier hat er im Prinzip den Mast zersäppelt. Insgesamt natürlich immer noch eine hervorragende Leistung, also wenn man bedenkt, wie es vorher aussah, ich gehe jetzt nochmal zurück, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Okay, Schnelligkeit ist schneller geworden, definitiv, kann man nicht anders sagen. So, gehen wir mal ein anderes Bild zur Komplettierung, so sah es vorher aus, aber ich vermute, da wird sich jetzt nicht viel getan haben. Ups, Stromleitung entfernen. Dauert natürlich, warum das Bild länger dauert als das andere, gute Frage, ne? Ja, auch hier haben wir das gleiche wie bei dem anderen Bild, er hat was weggenommen, er hat was übrig gelassen. Das hatten wir beim letzten Stand, also XS1 sozusagen, auch schon, aber ist trotzdem soweit in Ordnung. Schauen wir uns mal ein anderes Thema an, was wir kennen. Das ist eben der Bereinigung jetzt hier von den entsprechenden Fluseln und so weiter. Auch das hat er letztes Mal schon ganz gut gemacht. Trotzdem schauen wir uns mal an, wie es jetzt aussieht. Er hat Einfluss, nämlich letztes Mal vergessen. Und er braucht natürlich ein paar Sekunden. Ich arbeite immer live, also in der Hinsicht nur dann, wenn es extremst wird. Jetzt ist er fertig. Habe ich immer angehalten bei den anderen Videos. Ja gut, und den Problemfall jetzt hier hat er natürlich immer noch nicht weg. Aber gut, trotzdem, wenn ich mir die Gesamtleistung so angucke, dann ist das schon beeindruckend und funktioniert sehr gut. Vielleicht nochmal zur Vollständigkeit, das hatten wir letztes Mal auch. Hier ist auch ein ordentlicher Flusen drauf, ein paar Flecken sind auch drauf. Also das sollte er klaglos machen. Vom Zeitlichen her habe ich jetzt keinen großen Unterschied festgestellt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die paar Sekunden kann man nun wirklich warten. Das ist jetzt kein großes Problem, wie zum Beispiel beim Radieren. Da war die Zeit unerträglich lang, teilweise Minuten. Ja, okay, das war jetzt mit sicher eine halbe Minute. Ich habe jetzt trotzdem nicht auf die Uhr geguckt, aber das halte ich für in Ordnung. Das war unser Problemkreis letztes Mal, weil hier war natürlich eine ganze Menge zu bereinigen. Und der hat er wirklich etliche Minuten für gebraucht. Schauen wir uns jetzt mal live an, wie es jetzt im Augenblick aussieht. Ich mache es jetzt wirklich ganz grob. Ein paar Sachen, die ich meine, sollten weg. Da kommt natürlich so einiges zusammen. Hier noch, da noch, da noch. Das sind so einiges, ne? Und wie gesagt, letztes Mal hat er da so etliche Minuten für gebraucht. Den nehmen wir auch nochmal weg. Da rollen wir auch nochmal ein bisschen auf. Bin mal gespannt, was er daraus macht. Aber jetzt lassen wir mal, das sollte reichen. Okay, radieren. Wir sehen immer noch keine Statusmeldung, was er tut, aber was tut. Und so weiter. Da hat sich nichts geändert. Das ist auch das, was ich am meisten, ja, an dem Paket ehrlich gesagt hasse. Dass ich nie sehe, ob sich was tut, wie viel sich tut und so weiter. Also, da bin ich jetzt mal gespannt, wie lange er da entsprechend braucht. Und ob er überhaupt was tut. Also, man sieht ja nichts. Man sieht hier immer noch den alten Zustand, als wenn nichts gewesen wäre. Und jetzt ist er fertig. Gut, das ist um Faktoren schneller. Gut, das waren jetzt vielleicht, naja, 20 Sekunden oder sowas um den Dreh. Damit kann man leben. Also, das ist in Ordnung. Da hat sich schon von der Geschwindigkeit einiges getan. Gott sei Dank. Weil, wie gesagt, das war unerträglich lang. Wo gab es noch Probleme? Ja, hier hatten wir das Problem, in der Hinsicht, wenn ich jetzt hier hingegangen bin und habe mal die Neubelichtung benutzt, dann hatte ich das Problem, dass er hinten den Himmel, ja, sozusagen verschwinden lässt. Wenn man das entsprechend macht, ich sage jetzt mal hier Nahbereich, mal gucken, na, das ist jetzt bei ihm nicht Nahbereich, aber Fernbereich. Ja, genau. Dann macht er das Ganze zwar schon schön hell oder heller, aber der Himmel ist natürlich auch weg. Das war das Problem letztes Mal auch, dass die Differenzierung nicht da ist. Hier bin ich ja noch im schärfen Bereich, hier bin ich im unscharfen Bereich. Also, eigentlich müsste der Algorithmus, wenn er vernünftig funktionieren würde, erkennen, wo ist die schärfene Ebene und würde dann im Prinzip sagen, okay, das ist die Ferne, das machen wir jetzt mal nicht. Und das alles, was im schärfen Bereich ist, ist für mich nah. Ist aber anscheinend nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie der Algorithmus wirklich arbeitet, aber er arbeitet nicht so, wie ich anfangs vermutet hatte. Damit, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Ganze nicht so, wie soll man sagen, der Burner, wie es vermutet war zu Anfang. Nämlich die schärfene Ebene festzustellen, auf der Basis dann vorne und hinten zu definieren, ist mathematisch eine Leistung. Ich bin Physiker, ich weiß, was da entsprechend abgeht. Ist jetzt nicht, sag mal, ja, das können auch andere Programmierer, sorry, wenn ich es mal so hart sage. So, also da hat sich jetzt erstmal nichts geändert, aber wir haben letztes Mal einen Trick angewandt und den werde ich jetzt natürlich fairerweise auch machen. Indem ich sage, okay, ich gehe jetzt in Enhance, mache erstmal die Vorhebung, dann holt er ja schon eine ganze Menge raus. Und ich sage jetzt in der Hinsicht Bild, Himmel verstärken, ja, dummerweise hat er jetzt hier keinen Himmel entdeckt. Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, ist es schon verrückt. Aber man sieht jetzt zum Beispiel bei dem Geschichte, ich habe die Neubelichtung gar nicht nötig. Also das funktioniert jetzt auch mit der entsprechenden Hervorhebung, denn die kann ich ja, wenn ich will, auch nochmal ein zweites Mal machen. Das ist ja additiv. Nun muss ich jetzt natürlich aufpassen. Irgendwann habe ich natürlich Verschiebungen in den Farben. Kontraste werden meistens mit Farbverschiebungen verbunden. Es gibt Programme, die das schaffen. Luminar, sage ich jetzt mal, derzeit noch nicht, was ich so sehe. Aber das ist jetzt nicht weiter tragisch. Die Leistung, die ja erbracht wurde, ist trotzdem sehr überzeugend. Aber wie gesagt, Neubelichtung ist es in der Form dann eben nicht. So, gehen wir mal zurück. Wo haben wir noch Neubelichtung genutzt? Das war hier. Da gab es auch ein Problem oben in den Haaren. Das versuchen wir nochmal neu. Also, ich sage jetzt mal, die Helligkeit im Nahbereich möchte ich erhöhen. Das hat er letztes Mal ganz gut gemacht. Wie gesagt, mich stört ganz gewaltig, dass ich keine Kontrolle darüber habe, was er tut oder was er nicht tut. Helligkeit fern, hat mal runtergezogen. Ja genau, und jetzt passiert wieder das, was wir auch hier hatten. Er erkennt hier nicht, dass das zum Fernbereich gehört, durch die Haare. Und da sieht natürlich übelst aus. Also das kann man nicht als hundertprozentig bezeichnen. Trotzdem ist es natürlich immer noch eine sehr gute Geschichte, was hier gemacht wurde. Trotz allem gefällt mir das hier nicht. Wir hatten auch letztes Mal, sind wir hingegangen und haben dann mit Masken gearbeitet. Das mache ich jetzt auch. Aber da weiß ich jetzt schon, das wird entsprechend gut funktionieren. So, damit sind wir die Problemkreise im groben Ganzen mal durchgegangen. Hauptproblemkreis war Performance. Da hat sich einiges getan, muss ich positiv sagen. Problemkreise jetzt in der Hinsicht, was Stromleitungen entfernen angeht, hat er immer noch Probleme, die entsprechenden Sachen zu entdecken. Zu entdecken und dann bei Betais eben Strommaß nicht zu entfernen. Das macht er immer noch. Im Bereich Nach- oder Neubelichtung, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch noch Handlungsbedarf. Das sieht man an den beiden Bildern. Wobei man eben an dem Bild hier ganz gut erkennen kann, dass man natürlich auch Alternativen hat, die man benutzen könnte. Muss also in der Hinsicht nicht sein. Blecken entfernen ist geblieben im positiven Sinne. Also das funktioniert relativ gut, dass er hier bei einem Bild einen Punkt nicht finden konnte. Durch die Details, die dahinter liegen, kann man akzeptieren. Irgendwo muss man ja auch ein bisschen auch noch was tun. Und was natürlich das Radieren angeht, das ist das Highlight jetzt des Tages. Das hat sich dramatisch verbessert. Also Wartesituationen sind dort relativ kurz. Kann man entsprechend akzeptieren. Wo ich jetzt nochmal reinschauen werde, das ist das Teil jetzt hier mit 100%, wenn entsprechend viel Bearbeitung war. Dafür werde ich ein Bild mal aufbereiten, wie es so üblich war. Und dann gucken wir uns mal die 100%-Seite an. So, ich weiß nicht warum, aber die Himmelerkennung ist vollkommen raus. Das heißt also, wenn ich jetzt hier in Enhanced AI gehe, dann erkennt er nicht, dass hier im Bild ein Himmel ist. War beim letzten Variante sozusagen noch vorhanden. Aber okay, ansonsten alles soweit erstmal in Ordnung. Jetzt schauen wir uns mal an beim Reinzoomen, wie das Ganze aussieht. Und das hatte ich gerade eben auch mal ausprobiert. Er ist noch nicht soweit, er ist noch nicht soweit. Nach dem Motto, gedenken wir mal der 100%. Da dauert es, ja, Ewigkeiten. Aber, faszinierenderweise, wenn ich jetzt rausgehe, er ist ja immer noch soweit, und gehe auch in einen anderen Bereich, dann kann es durchaus sein, dass er innerhalb von kürzerer Zeit, nämlich jetzt, scharf gestellt hat. Das heißt also, dieses Ändern des Maßstabs, also sprich Abbildungsmaßstab in der Hinsicht 100% oder was auch immer, ist eine Sache, die irgendwie nicht nachvollziehbar ist. Manchmal dauert es Ewigkeiten, oder man hat den Eindruck, kommt gar nichts mehr an Schärfe. Und manchmal geht es entsprechend schnell. Hat, wie gesagt, sehr viel damit zu tun, wie groß unser Stack ist. Also umso größer der Stack ist, habe ich festgestellt, umso länger sind natürlich die Bearbeitungszeiten. Und erst recht beim Rein- und Rauszoomen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich die Geschwindigkeit, ja, teilweise ganz kräftig erhöht. Also da kann man jetzt entsprechend nicht meckern. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze so in den nächsten Wochen weiterentwickeln wird. Ja, wie gesagt, also in der Hinsicht, wenn ich jetzt Stand heute zusammenfassen sollte und sagen sollte, kann man das empfehlen oder nicht, dann muss jeder das für sich selbst entscheiden. Ich persönlich bin der Meinung, wenn man nur im Bereich Reise und vielleicht Landschaften und so weiter unterwegs ist, dann wird das Ganze schon, ja, zu 90 Prozent oder so den meisten ausreichen können. Geht man jetzt in einen Bereich rein, wo ich jetzt unterwegs bin, wo sehr viel auch mit Frequency Separation gearbeitet wird und, naja, Tethering lassen wir mal ganz beiseite mit Capture One oder dergleichen, dann muss ich sagen, die Programme wie Capture One und Infinity Photo kann ich heute, also Stand jetzt dieser Sekunde, nicht von der Platte löschen, weil dort fehlt einfach noch viel zu viel, was die, ja, die Details, wenn man so will, also entsprechende feine Funktionalitäten angeht. Da ist Affinität und so weiter entsprechend besser. So, ich hoffe, das hat euch etwas gebracht und ich würde mich natürlich auch mal um eine gewisse Reaktion freuen. Also, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.